Willkommen auf dem YouTube-Kanal Supermarkt Prospekte und Angebote Deutschland. Hallo liebe Zuschauer! Willkommen zu den speziellen Angeboten von Kaufland Extra vom 20. bis 26. Juni. Diese Woche können Sie nicht nur einkaufen, sondern auch große Ersparnisse erzielen. Extra-Rabatte für das Wochenende und den Wochenanfang warten auf Sie. Ob Sie Ihr Zuhause erneuern oder sich auf den Sommer vorbereiten möchten, bei Kaufland finden Sie alles. Lassen Sie uns gemeinsam einen Blick auf die besten Angebote dieser Woche werfen. Die neuesten Rabatte schnell erfahren, abonnieren Sie unseren Kanal und vergessen Sie nicht, das Video zu mögen. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir versuchen unseren Kanal und unsere Inhalte für Sie zu verbessern und besser zu machen. Dafür brauchen wir dringend Eure Meinung und Eure Unterstützung. Sie können uns Ihre Meinung mitteilen, indem Sie uns im Kommentarbereich erreichen und uns unterstützen, indem Sie sich anmelden und Benachrichtigungen aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Mit den wöchentlichen allgemeinen Rabatten von Kaufland Extra können Sie in einer Vielzahl von Produktkategorien große Ersparnisse erzielen. Erfrischende Getränke, leckere Snacks, tägliche Bedürfnisse und regionale Produkte – alles zu attraktiven Preisen. Diese Woche gibt es besonders große Rabatte auf Getränke, von Softdrinks über Säfte bis hin zu Energydrinks. Im Lebensmittelbereich sind frisches Brot, Backwaren, Käse und Joghurt sowie Tiefkühlprodukte stark reduziert. Außerdem finden Sie die frischesten und leckersten regionalen Produkte Ihrer Region zu günstigen Preisen. Mit den wöchentlichen allgemeinen Rabatten machen Sie Ihren Einkauf günstiger und angenehmer. Wir versuchen, unseren Kanal und unsere Inhalte für Sie zu verbessern und besser zu machen. Dafür brauchen wir dringend Eure Meinung und Eure Unterstützung. Sie können uns Ihre Meinung mitteilen, indem Sie uns im Kommentarbereich erreichen und uns unterstützen, indem Sie sich anmelden und Benachrichtigungen aktivieren. Diese Woche gibt es bei Kaufland extra tolle Rabatte auf viele Produkte für Haus, Auto und Sommer. Möbel, Dekorationsartikel und Heimtextilien, die Komfort und Ästhetik in Ihr Zuhause bringen, sind zu günstigen Preisen erhältlich. Auch Autozubehör, Reifen und Pflegeprodukte sind stark reduziert. Für den Sommer gibt es große Rabatte auf Strandartikel, aufblasbare Pools, Sonnencreme und vieles mehr. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Ihr Zuhause und Ihren Lebensstil zu erneuern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ab dem 24. Juni beginnen die Wochenstart Angebote bei Kaufland extra. Tolle Rabatte in verschiedenen Produktkategorien erwarten Sie. Frisches Obst und Gemüse, Milch- und Fleischprodukte für den täglichen Bedarf sowie Reinigungs- und Pflegeprodukte sind stark reduziert. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Ihre Einkäufe zum Wochenbeginn kostengünstig zu gestalten. Mit den speziellen Angeboten von Kaufland extra starten Sie energisch und sparsam in die Woche. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Um über die neuesten Angebote und Katalograbatte informiert zu bleiben, können Sie unseren Kanal abonnieren und Benachrichtigungen aktivieren. Sie können uns unterstützen, indem Sie die Videos, die Ihnen gefallen, mögen und teilen. Außerdem sind Ihre Kommentare und Feedbacks für uns äußerst wichtig. Vielen Dank für Ihre kontinuierliche Unterstützung.